Suchok schmeckt Schule gut. Mal wieder nur Zweiter bei der Klassensprecherwahl an der Realschule Europa-Kanal. Es geben keine Jarak in Automaten, diese nicht gut. Schnitzelbrötchen kalt, das Essen anders. Nur wegen dieser komischen neuen Mensafrau. Ich liebe diese Schule und finde es schade, dass ich draußen bin. Dreckige Kinder. Die beste Schule der Welt.